Missbrauchsvorwürfe Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kevin Spatzei Im vergangenen Jahr beschuldigten mehrere Männer US-Schauspieler Kevin Spatzei, sie sexuell belästigt zu haben. Der Schauspieler outete sich im Zuge dessen erstmals öffentlich als homosexuell. Jetzt beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft in Kalifornien mit den Vorwürfen gegen den US-Schauspieler. Dabei wird auch über einen Vorfall aus dem Jahr 1992 mit einem erwachsenen Mann berichtet. Der Fall wurde am 5. April von der Polizei in Los Angeles vorgelegt, das teilte Greg Rissling, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch der deutschen Presseagentur mit. Die Angelegenheit soll sich bereits im Oktober 1992 in Westhalwood ereignet haben und werde nun geprüft. Ein Fall, der so lange zurückliege, sei jedoch vermutlich verjährt, berichtet die Los Angeles Times. Insgesamt sollen mindestens drei Beschwerden wegen sexueller Übergriffe gegen den zweifachen Oscar-Preisträger untersucht werden. Der erste Startreg, Schauspieler Antoni Rapp klagte Spatze erstmals öffentlich im Oktober 2017 an. Er warf Spatze vor, ihn im Alter von 14 Jahren bei einer Party in Spatzeis New Yorker Wohnung im Jahr 1986 sexuell belästigt zu haben. Spatzei entgegnete darauf hin, dass er sich an den Vorfall, der über 30 Jahre zurückliegt, nicht mehr erinnere. Kurz darauf meldeten sich acht weitere Männer, die mit Spatzei am Set der Erfolgsserie, House of Cards, arbeiteten. Auch am Londoner Old Week Theater soll der Oscar-Preisträger mindestens 20 Männer belästigt haben. Die Polizei in England soll ebenfalls gegen den Schauspieler ermitteln. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte damals die Zusammenarbeit mit Spatzei. Auch seine Rolle in dem Film, Alles Geld der Welt, wurde Wochen vor dem Kinostar durch Christopher Plummer ersetzt.